Heute sprechen wir darüber, wie du das bewusste Setzen von Grenzen darauf ausrichtest, was du selber brauchst und nicht aus Schuldgefühlen gegenüber anderen dann Ja sagst und damit dich selbst auf der Strecke lässt. Schau mal rein, was du tun kannst. Herzlich willkommen bei Business of Balance, deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Herzlich willkommen beim Business of Balance Podcast. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Wie immer der Hinweis auf die Kraftquellenmeditation, die du bei mir auf der Webseite unter dem Punkt dein Giveaway dir holen kannst. Das ist eine mehrfach verschachtelte Meditation, die dir hilft, wirklich zu deinen inneren Ressourcen vorzudringen. Und das hilft dir wiederum dabei im Alltag, gelassener zu sein, stärker zu sein, in belastenden Situationen vielleicht das Quäntchen Energie zu haben, das du sonst vielleicht nicht hättest. Wenn du das Ganze haben möchtest, du findest auch in den Show Notes zu dieser Ausgabe unten in der Beschreibung eben den Link, wo du dir das holen kannst. Ja, nein sagen. Manche von uns tun sich ein bisschen leichter damit, andere haben vielleicht ein bisschen mehr Thema. Und jetzt ist nein sagen oder warum wir uns so schwer tun damit auch ein bisschen damit im Zusammenhang, wie wir Menschen uns entwickelt haben, weil wir sind halt soziale Wesen und ein Nein grenzt uns mitunter auch von einer Gruppe ab und die war halt einmal irgendwie für unser Überleben zuständig. Also wer nicht in der Gruppe war, hat es natürlich insgesamt schwerer gehabt in der Uhrzeit und darum haben wir da natürlich nach wie vor tief in uns verwurzelt so das Thema, naja, wir müssen der Gruppe zuträglich sein. Heute ist es natürlich nicht mehr die Angst davor, allein vor dem Säbelzahntiger zu stehen, sondern es geht darum, dass wir abgelehnt werden, dass diese Ablehnung zur Ausgrenzung führt und damit halt auch sozial wir uns ein bisschen schwerer tun. Gleichzeitig hilft halt so ein Nein auch, uns zu fokussieren, die Dinge zu tun, wo wir halt auch unsere Energie empfalten, wo wir auch glücklich sind und wenn wir Dinge loslassen, dann haben wir natürlich wieder die Hand frei und dieses Nein ist halt ganz oft das Vehikel dazu, dorthin zu kommen. Was du tun kannst, ist natürlich einmal zu schauen, was kannst du denn machen, beziehungsweise was ist tief in dir verwurzelt, damit du überhaupt klar kriegst, was möchtest du überhaupt. Es ist jetzt natürlich solche Dinge wie Journaling helfen dir dabei, aber einfach einmal dich bewusst hinzusetzen und dir zu überlegen, wo sind denn eigene Grenzen, wo sind denn eigene Werte, das war was, woran du dann später dir auch leichter tust, ein Nein zu formulieren und dann natürlich auch kein schlechtes Gewissen haben brauchst, weil du einfach nach deinen Grenzen, nach deinen Werten, nach deinen Ausrichtungen unterwegs bist. Das heißt, du wirst gut daran tun, dir einmal wirklich hinzuschreiben, was ist mir wichtig im Leben, was sind meine Grundsätze, so du das noch nicht hast und daran, dich dann auch bei deinen Entscheidungen in Zukunft zu orientieren. Weil genauso ein Wertekompass wie ein Kompass die Richtung gibt und das hilft dir halt Entscheidungen leichter zu treffen und im Folge natürlich dann auch dazu zu stehen. So, das heißt, du hast jetzt deine Werte, du hast diesen Überbau, den man halt irgendwie so braucht, deine Philosophie, die Dinge, an denen du dich ausrichtest und dann war es gut, wenn du als nächstes auch festlegst, wo ist denn die Grenze für gewisse Dinge. Jetzt wirst du natürlich nicht für jede Situation in deinem Leben schaffen, aber gibt es so absolute No-Go's, über die du nicht drüber gehen möchtest, was einfach nicht zusammenpasst mit deinen Zielen und deinen Werten und dann formuliere diese Grenzen aus der Ich-Perspektive. Ich habe ein begrenztes Maß an Zeit für das und das. Und damit hast du einmal so den Grundstock gelegt dafür, wie du in Zukunft mit Nein-Sagen umgehst. Und wenn jetzt jemand auf dich zukommt und zu dir sagt, ich möchte von dir, dass du Überstunden machst und du hast für dich festgelegt, du arbeitest gern, aber es ist da die Zeit für deine Familie auch wichtig, dann kannst du dafür einen Grund nennen ab sofort. Das heißt, es geht darum, in Zukunft auch einem Nein einen Grund mitzugeben, heißt aber nicht, dass du dich rechtfertigen musst für dein Nein, sondern das wäre dann ein ganz selbstbewusstes Nein-Lieber-Chef, Nein-Lieber-Kunde, heute kann ich das nicht mehr erledigen, weil ich mit meiner Familie Zeit verbringen möchte und das seit Wochen geplant ist. Das kann auf Widerstand stoßen. Ich hatte das auch schon. Ich bin damals mit meinem Sohn im Krankenhaus gelegen. Also mein Sohn war damals zwei Jahre alt, meine Frau hatte gerade eine OP und wir waren also alle drei im selben Krankenhaus, beide meiner Familie Mitglieder Patienten und mich ruft ein Neukunde an, ein Interessent und ich schaue ihm ab, es tut mir leid, ich kann diese Woche leider keinen Termin anbieten, ich bin mit meinem Sohn im Krankenhaus. Allein das ist natürlich schon Grund genug, dass man sagt, okay, dann suchen wir einen anderen Termin und die Antwort dieses Menschen war dann in meine Richtung, was ist Ihnen wichtiger, ein Neukunde oder das mit Ihrem Sohn im Krankenhaus liegen. Spätestens da habe ich gewusst, dass Ziele, Werte und Perspektiven ganz sicher nicht zusammenpassen und war sehr dankbar dafür, dass der Kunde recht schnell zu erkennen gegeben hat, dass wir einfach nicht zusammenpassen. Das ist natürlich jetzt ein Härtebeispiel, das natürlich so wahrscheinlich in der Realität nicht immer so laufen wird, aber du kannst, wie gesagt, einen Grund nennen. Du kannst auch, wenn du sagst, okay, ich habe einfach die Ressourcen für gewisse Dinge nicht, auch eine Alternative anbieten. Ich kann leider nicht anbieten, dass ich bis zu diesem und jenem Datum das erledige, es sei denn, es ist möglich, dass man in diesem und jenem Projekt Dinge verschieben, mich jemand unterstützt bzw. ich gewisse Dinge hinten anstelle und darüber dann auch mein Nein kommuniziert habe, mir aber irgendwo eine Erleichterung geholt habe oder die Situation verändert habe und nicht in denselben Rahmenbedingungen agieren muss wie zum Zeitpunkt dieser Anfrage. Das kann auch mit Kollegen genauso laufen. Ja, ich helfe dir gerne, aber du müsstest mich dann bitte unterstützen bei diesem und jenem. Was auch noch hilft, um eben nicht ins Schuldgefühl zu kommen, ist, nach der Konsequenz zu fragen, die dein Nein auslöst. Man kann das auch ganz weich formulieren. Wie schlimm wäre es denn, wenn ich das nicht in diesem und jenem Zeitraum schaffe und dann das Gegenüber erklären zu lassen, warum da jetzt eine Dringlichkeit in einem gewissen Thema ist oder nicht oder warum ausgerechnet du eine gewisse Aufgabe erfüllen sollst oder warum es nicht möglich ist, dass jemand anderer das übernimmt oder warum es keinen zeitlichen Aufschub gibt. Wie schlimm wäre es, wenn das Projekt zwei Wochen später fertig werden würde? Du wirst relativ schnell bemerken, das kann ganz oft Wunder bewirken, wenn du nämlich auch dein Gegenüber nur einmal so ein bisschen in die Reflexion schickst. Und um nicht ins Schuldgefühl zu kommen, kann man auch sagen, okay, darüber muss ich nachdenken. Tut mir leid, ich kann jetzt keine Entscheidung oder keine Zusage treffen. Wir müssen nicht sofort entscheiden. Wir haben ganz oft die Idee und den Druck aus der Situation heraus, wir müssen jetzt agieren. Aber nach Bedenkzeit zu fragen ist überhaupt nichts Verwerfliches. Und zu sagen, nein, da muss ich einmal kurz darüber nachdenken, muss ja nicht tage- und wochenlang dauern. Aber darf ich bis zum Ende des Tages meine Antwort geben? Auch da kannst du dann reflektieren, kannst über die Dinge, die wir besprochen haben, nur einmal nachdenken und dann deine Entscheidung treffen. Und wenn dann ein Nein herauskommt, dann ist das gut begründet, dann hat das mit Alternativen zu tun. Und dann ist es nicht dieses Gefühl, ich habe da jetzt jemanden im Stich gelassen, sondern hilft letztendlich dir, deine eigene Kraft, deine eigene Energie, deine eigene Motivation oben zu halten, was ja langfristig für alle idealerweise dazu führt, dass man natürlich mehr weiterbringt. Und wenn wir positiv zu den Dingen sind, dann passiert natürlich die Arbeit auch in besserer Qualität zum Beispiel. Das heißt, es kann natürlich bei jedem Nein dazu führen, dass jemand enttäuscht ist darüber, dass du jetzt nicht geholfen hast, weil du hast ja immer Ja gesagt. Da wird es dir halt nicht ausbleiben, auch so ein bisschen Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Ein bisschen resilient gegenüber diesen Themen zu sein, weil nur ein Baum, der dem Winden widersteht, der wird stärker, heißt es so schön im Buddhismus. Und was du da natürlich überlegen kannst oder dich vorbereiten kannst, ist dich auch hin zu visualisieren in eine Situation, in der du Nein sagen möchtest und musst, vielleicht etwas, was auch in der Vergangenheit immer wieder schon aufgepoppt ist und da dann einfach schon vorbereitet und vorgefühlt in so eine Situation zu gehen. Und wie beim Spitzensportler, der sich den Weg ins Ziel vorstellt und jede Kurve weiß, kannst du natürlich auch solche Situationen schon vorüberlegen, gerade wenn es vielleicht auch darum geht, das mit Kunden durchzuführen, wenn das mit Vorgesetzten ist, auch mit Partnern, es ist ja nicht immer leicht. Kann auch im Privaten sein. Partner, Partnerin, Kind, Kinder, die halt dann auch mal damit umgehen müssen, dass man vielleicht nicht immer Ja sagt. Ja, wie würdest du umgehen mit jemandem, der da wichtig ist und dem erklärst, dass dein Nein nicht gegen diese Person gerichtet ist, sondern ein wichtiger Teil dafür ist, in deiner Selbstfürsorge zu bleiben, in deiner Selbstbestimmung zu bleiben. Das würde mich interessieren. Lass einen Kommentar da unten da. Würde mich freuen, wenn wir ein bisschen ins Überlegen und Philosophieren zu diesen Dingen kommen. Ansonsten, wenn du zugehört hast, freut es mich, dass du dabei warst und freue mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn du auf YouTube dabei bist, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, auf den Abo-Button zu klicken und ein Gefällt mir dazulassen, was natürlich dafür trägt, dass solche Inputs hoffentlich mehr und mehr Leute sehen. Ja, das war's für diese Ausgabe. Freut mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Besuch uns für mehr Tipps zu Work-Life-Balance, Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business of Balance Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.